Hier ist André Anissimov und in diesem Video möchte ich die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage beantworten. Gibt es die eine Strategie, um an der Börse hohe Renditen zu bekommen? Geht das überhaupt ohne viel Zeitaufwand und mit geringem Risiko, das Geld so anzulegen, dass es hohe und stabile Renditen bringt? Nun, gleich vorweg, ja, es gibt diese Strategie für sichere und hohe Renditen. Das ist das System von Warren Buffett, André Kostolany und anderen Top-Investoren. Das ist das System der Stillhalter. Mit diesem Ansatz verdoppeln 8 von 10 Anlegern ihre Börsenstrategien innerhalb von nur 3 Monaten. Und in diesem Video möchte ich dir exakt aufzeigen, wie das geht. Wie wäre es für dich, wenn du ein System anwenden würdest, das bessere Renditen bringt als jeder Investmentfonds? Wie wäre es für dich, ein System zu haben, das es dir erlaubt, mit 30 Minuten pro Monat an der Börse zu investieren? Mit einer klaren Checkliste, mit minimalen Risiken und all das mit gerade mal 30 Minuten pro Monat. Sagst du, das ist unmöglich? Nun, genau das habe ich auch gedacht. Bis ich dieses System anwendete und mein Kapital mehrfach verdoppelt. Und das Beste daran, dieses System funktioniert nicht nur für mich, auch meine Studenten wiederholen diese Resultate reinweise. Ich möchte dir das gesamte System aufzeigen, damit auch du deine Börsenrenditen vervielfachen kannst. Und das absolut gratis online auf deinem Computer. Du findest den Link zur Anmeldung unter diesem Video. Melde dich gleich kostenlos zu diesem Online-Training an. Das System der Stillhalter ist anders als das, was 90% der Anleger an der Börse machen. Weißt du, die meisten Anleger spekulieren statt zu investieren. Und genau deswegen verlieren sie an der Börse ihr Geld. Die überwältigende Mehrheit der Anleger kauft nach dem Prinzip, kaufe günstig, verkaufe teuer. Diese Anleger hoffen einfach darauf, dass der Aktienkurs steigt und sie gewinnen nur dann, wenn sie rechtzeitig verkaufen. Dieser Ansatz grennt an Wahrsagerei und bringt den meisten Anlegern nur Verluste. Ein Investor hingegen kauft gute Vermögenswerte mit Rabatt ein. Und statt sofort wieder zu verkaufen, hält er seine Aktien langfristig. Und er erhält dafür regelmäßige Kapitalerträge. Zinsen, Mieten, Dividenden und halt eben Optionsprämien. Und genau das ist das große Geheimnis hinter dem Erfolg von Warren Buffett. Stillhalter investieren nach einem erprobten System und werden dabei sehr, sehr wohlhabend. Hier sind die drei Schritte des Systems. Bitte schreibe sie dir auf. Erstens, wertvolle Aktien mit Rabatt einkaufen. Ganz richtig. Wir werden mit diesem System dafür bezahlt, dass wir gute und wertvolle Aktien mit Rabatt einkaufen wollen. Und genau dafür bekommst du monatliche Prämien. Damit verdienen wir Geld völlig unabhängig von den Marktschwankungen. Und wir bekommen regelmäßige Auszahlungen in unser Depot. Der zweite Schritt besteht darin, deine Aktien abzusichern. Wenn deine Aktien versichert sind, kann ein Börsencrash dir überhaupt nicht schaden. Ganz im Gegenteil. Du wirst dich über jede Börsenkorrektur freuen. Denn deine Versicherungen sorgen dafür, dass gerade bei fallenden Kursen deine Gewinne in die Höhe schnellen. Ja und der dritte Schritt besteht darin, deine Aktien zu vermieten. Ganz richtig. Du kannst die Aktien, die du hältst, Monat für Monat vermieten. Und dafür regelmäßige Prämien erhalten, ohne deine Aktien verkaufen zu müssen. Diese Mieterträge machen deine Gewinne absolut unabhängig von dem Auf und Ab der Märkte. Und sie erlauben es dir, deine Börsengeschäfte in wenigen Stunden pro Monat zu erlegen. Ganz richtig. Statt permanent den Markt zu beobachten, genießt du einfach dein Leben und erhältst planbare und sichere Renditen für deine Aktien. Wenn du dich jetzt fragst, wie geht denn das genau? Dann habe ich eine sehr gute Nachricht für dich. Schau mal, die allermeisten Anleger kennen diese Möglichkeit, als Stillhalter Geld an der Börse zu machen, überhaupt nicht. Und genau deswegen veranstalte ich die Webinar-Reihe Geheimnisse der Stillhalter live. An fünf Abenden werde ich dir die gesamte Strategie Schritt für Schritt offenlegen und zeigen, wie auch du als Börseninvestor Traumrenditen bekommen kannst. Ganz richtig. Das ist die Champions League des Investierens. Und auch wenn du von dieser Strategie der Stillhalter noch gar nichts oder nur sehr wenig gehört hast, dann ist es noch kein Grund, sich dafür nicht zu interessieren. Der Optionshandel, insbesondere Stillhalterstrategien, bieten einmalige Gelegenheiten, an der Börse ein regelmäßiges, risikoarmes und passives Einkommen zu bekommen. Als Autor des großen Handbuchs der Optionsstrategien vermittle ich seit mittlerweile 2014 dieses Wissen in Live-Trainings und Online-Kursen. Und im kommenden Online-Webinar-Reihe erfährst auch du, wie genau Optionen funktionieren und wie Stillhalter Optionsprämien kassieren, für ein Leistungsversprechen auf Zeit, zum Beispiel Top-Aktien mit Rabatt zu erwerten. Erfahre im kommenden Online-Training, wie genau diese Strategie funktioniert und wie du auch damit erfolgreich investieren kannst. Erfahre im kommenden Online-Training, wie du jeden Monat 3-5% Rendite auf dein Kapital bekommst. Nicht als Spekulant, sondern als Investor, der ein erprobtes, sicheres und einfaches System anwendet. Melde dich jetzt 100% gratis zum kommenden Online-Training an. Klick einfach auf den Link unter diesem Video. Diese Themen erwarten dich in den kommenden Online-Training. Im Modul Nummer 1 zeige ich dir, wie du mit Optionen deine Risiken senkst und deine Gewinne steigerst. Das ist die Champions League des Investierens. So kannst auch du an der Börse ohne hohe Risiken erfolgreich investieren. So lassen sich Verluste senken und die Renditen steigern. Wenn du die Rolle der Bank einnimmst und immer gewinnst, dann wird sich dein Geld vor deinen Augen vermehren. Nun, das erwartet dich am ersten Abend und am zweiten Abend im Modul 2 zeige ich dir, wie du Qualitätsaktien mit Rabatt einkaufen kannst und dafür auch noch bezahlt wirst. Mit diesem System gewinnst du in mindestens 80% aller Fälle an der Börse. Wenn du Aktien kaufst, dann bekommst du mit diesem Trick mindestens 10% Rabatt auf jeden Einkauf. Es ist eine stabile Einkommensquelle für jeden Börseninvestor. Dich erwartet auch ein Fallbeispiel Investitionsstrategien des deutschen Geldabels. Nun, am dritten Abend im Modul Nummer 3 zeige ich dir, wie du dein Depot absicherst und 100% immun gegen Kurseinbrüche bist. Sind deine Aktien vor einem Crash geschützt? Bist du dir dessen sicher? Ich kann dir jetzt schon sagen, Anleger werden sehr viel Geld verlieren, wenn der nächste Börsencrash kommt. Mit diesem System bekommst du 100% Sicherheit vor einem kommenden Crash. Ich zeige dir auch, wie wir an einem Börsencrash 12.000 Euro verdient haben. Eine Fallstudie Schritt für Schritt aufgezeichnet. Es ist wirklich super einfach. Nun, am vierten Abend im Modul Nummer 4 zeige ich dir eine der spannendsten Strategien überhaupt. Ich zeige dir, wie du Aktien vermieten kannst und damit wörtwörtlich am Ticken der Uhr Geld verdienst. Ganz richtig. Dich erwarten monatliche Mieteinnahmen auf Aktien ohne hohe Risiken und mit einem Minimum an Zeit. Ich sage es dir, wenn du Aktien jetzt hilfst, dann kannst auch du sie jetzt vermieten und ab sofort hohe Renditen bekommen. Ich zeige dir auch, wie Martin monatlich 7.487 Euro an der Börse verdient. Trotz Corona-Crash, Vollzeitjob und stressiger Kinder. Er hat ganze 5 Stück davon. Im Modul Nummer 5 am finalen Abend zeige ich dir, wie du das gesamte System der Stillhalter für hohe Renditen in deinem Depot anwendest. Wenn du dem Nullzins entkommen willst, kannst auch du an der Börse mit diesem System sicher und einfach investieren. Erfolgreiche Börseninvestoren schwören auf dieses System von Warren Buffett, Andrej Costolani und Peter Lynch, nur um ein paar Namen zu nennen. Aber auch ganz normale Börsenanleger, die dieses System verstehen, bekommen monatlich 3-5% Rendite an der Börse ohne jegliche Vorkenntnisse. Das Beste an diesem Online-Training ist es für dich 100% gratis. Klicke einfach auf den Link unter diesem Video und melde dich zu dem kommenden Online-Training an. Mit diesem System investieren die besten Börsenlegenden seit Jahrhunderten. Aber auch dir und anderen privaten Investoren ist dieser Weg offen. Erfahre in dem neuen kostenlosen Online-Training, wie auch du als Stillhalter an der Börse Geld machen kannst. Mit diesem System wirst du deine eigene Bank. Als Emittent von Optionen verkaufst du einfach nur Leistungsversprechen. Zum Beispiel eine Aktie mit Rabatt einzukaufen. Und dafür bekommst du monatliche Optionsprämie. Ist wirklich super einfach. Aber damit ist deine Börsenrendite garantiert. Ganz richtig. Egal wie sich der Kurs des Wertpapiers entwickelt, die Optionsprämie erhältst du sofort. Das sind jedes Mal mehrere hundert Euro. Mehr noch. Die Wahrscheinlichkeiten zu gewinnen sind zu deinem Vorteil. Dich erwarten Trefferquoten von 90% und mehr. Ganz richtig. Als Stillhalter manipulieren wir einfach die Gewinnwahrscheinlichkeiten zu unserem Vorteil. Mit diesem System gewinnst du an der Börse immer und immer wieder. Damit kannst du ein reicheres Leben genießen, während du Sicherheit und hohe Renditen an der Börse bekommst. So lerne im kommenden Online-Training Geheimnisse der Stillhalter live, wie ein Profi zu investieren. Die meisten Anleger verlieren an der Börse ihr Geld, weil sie versuchen günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. 80% aller Börsianer verlieren Geld damit. Statt permanent zu spekulieren, ist es viel einfacher als Stillhalter Geld an der Börse zu machen. Wir gewinnen auch dann, wenn der Kurs komplett gegen uns läuft. Statt zu versuchen, die zukünftige Kursentwicklung vorauszusagen, verdienst du ab sofort als Stillhalter, ähnlich einem Vermieter, regelmäßige Renditen, ohne die Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. In der Live-Webinar-Reihe Geheimnisse der Stillhalter erfährst du die gesamte Strategie und du lernst, als Stillhalter an der Börse am Ticken der Uhr Geld zu verdienen. So melde dich am besten gleich, sofort, kostenfrei zu der kommenden Webinar-Reihe an. Klicke auf den Link unter diesem Video, erfahre die Termine des kommenden Trainings und sei dabei, wenn ich auch dir live zeige, wie Stillhalter an der Börse hohes und regelmäßiges Einkommen generieren. Ich freue mich darauf, dich in dem Webinar zu begrüßen und bis dahin wünsche ich dir maximalen Erfolg an der Börse und alles Gute. Hier war André Nisimov von der Trader IQ. Wir sehen uns im Training. Bis bald.